Hi zusammen! Ihr kennt es sicher alle, ihr plant eine Reise und dann merkt ihr, das Flugzeug ist wieder mal günstiger als die Bahnreise. In so einem Fall macht Klimaschutz natürlich nicht so viel Spaß. Aber was wäre, wenn wir das Ganze jetzt einmal umdrehen? Also stellen wir uns mal vor, ich würde für jede Klimaschutzmaßnahme im Alltag belohnt werden. Und genau darüber möchten wir mit euch diskutieren beim Dialog für Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Science Week. An dem Tag am 14. Oktober kommen Wissenschaft und Gesellschaft zusammen, treffen sich an unterschiedlichen Tischen und machen sich Gedanken, wie könnte denn so ein Anreiz überhaupt aussehen? Wäre das wünschenswert für unsere Gesellschaft und was gibt es denn noch für Anreize, außer das liebe Geld, also beispielsweise soziale Anerkennung oder Gamification? Wenn ihr neugierig geworden seid, dann meldet euch an, kommt vorbei und wir freuen uns auf euch!